Okay, ich hab' mir lehnt auf Kibbeis, lehnein, ich hab' meine Mottoffel, und ich hab' mir wieder zurück. So die Heilige Mishnah. Also hier, ich bin nicht gemein, ich schaue zum Jehuda. Einer geworfen, hat sich dem Mann, nur du musst, nur du musst, du musst erholt, du hast eine Hand, hat sich dem Mann, Joi, es ist Schabbos. Er geworfen am Ball. Okay, er hat getroffen am Ball, er hat sich lieb zu spielen am Ball. Er trifft am Ball in der Gase, er geht zur Warf, Joi, wo ist denn du gehst, du? Ich warf da alle Dames, du bist das Ramm. So die Mishnah, bei Kolta, er hat sich geworfen, es hat sich gechapt. Es ist ein Plan, man gewinnt, auf der Ball, in einem gewissen Platz, und der Mensch hat sich nicht gechapt, hat sich doch geworfen am Ball. Hat sich er geworfen am Ball. Es hat sich gechapt am Ball, und es ist natürlich, wenn ich es bei Zerika und der Plan war, dann kam es wieder ein Ergis, das ist nicht nur wie, wie es wird es nicht passiert. Oder, es ist immer Kalti, wo es hat sich gechapt, und es ist ein Nesterwahr, es ist ein Ramm. Es ist ein Ramm. Es ist ein Ramm. Und ein Ramm. Es ist ein Ramm. er wollte sie verbrannt werden, er wollte sie umkemen ergez. Derweil die Feier hat sie geklappt, so du mischner Puter. So du mischner Tomer, zuhre, glas Chabire, gewollt machen nach Chabire. Einer von der Ramadest Meluches ist, machen nach Chabire an der Mensch. So du mischner, er wollte mal sehen, welchen Meluches ist, ich will sehen später, wenn man sagt. Zuhre, glas Chabire, Buda, er wollte machen nach Chabire, beim Buda, beim Bebaime, seiner Mensch, seiner Bebaime, wenn es keine Chabire war. Farze, so, die kamen, gewafften Steine. Er wollte sie gelungen auf den Elefanten, er wollte machen nach der Baal. Derweil, fahrze, fahrze, gelungen hat sich geklappt, hier ist der Schabes. So du mischner Puter, dafen wir uns geben, er ist ein Puter von der Chabire, fervus. Weil, fahrze, gelungen, hat er nicht gewollt, so landen. Fahrze, geschehen, durch die Bebaime, hat er nicht gewollt. Kimmtos, das ist wie ein Oynos. Wenn, dafen wir uns bringen, eine Chabire, wenn es ist schäuigig. Aber er ist nicht schäuigig. Er ist wie ein Oynos. Verkürst du mischner, dass wir uns geben, dass er nicht gewollt hat. Aber er muss fahrze, gelungen hat er nicht gewollt. Wenn ich mir sage, es ist ein Puter von der Chabire, das ist. Wenn ich mir sage, wenn ich mich gerade mit einem Menschen hören kann, aber ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht gewollt, sondern ich bin nicht gewollt. Aber ich bin nicht gewollt. So, das habe ich mir gesagt, dass ich mich nicht gewollt habe. Ich habe mich nicht gewollt. Der Peile, der Peile, er hat Luschnara's gefeilt. Der Peile, wo der Mensch steht, ist Waffen. Der Peile ist, sie warft der Fall, sie warft der Fall, sie machen alle anderen, wie sie zusammen. So ein Peile ist Waffen. So, das ist ein Peile. Was heißt, der Mann hat sich noch da? Was hat es mit noch da? Schäuigig im Mai, hat er gesagt, wenn der Mensch steht, der Peile. Bescheuig ist, der Peile ist gewann schäuigig. Der Mann hat sich noch da. So, wenn ich mich noch nicht gewollt habe, also ich mache das Lampen, wenn ich mich noch nicht gewollt habe, wenn die Kohlmasse nicht gelungen, ist der Peile noch nicht geendigt geworden. Wenn der Mensch sagt, dass der Peile noch nicht geendigt worden ist, wenn ich mich noch nicht geendigt habe, wollte ich es zurückgezeugen, ich keine Pushti nicht. Wenn der Mensch sagt, das heißt es auch eines. Das heißt, das ist ein Kiddisch. Das heißt, der Mensch sagt, jeder Peile, wenn der Peile alleine noch nicht geteinigt worden, dann sagt, was ich getein. Ich habe es gewollt, und ich habe es noch nicht geendigt, es sind noch nicht geteinigt worden. Der Mensch sagt, wenn ich mich noch nicht gekennigt habe, ich will dich zurückgezeugen, ich habe nichts, heißt es auch eines. Ja, es hat einen daran gelangt, das ist Oktober, ich habe es gar nicht geplant, das heißt, wenn der Mensch noch nicht gesagt habe, das ist riktig aus der Weg hinein guilty Animal��, der Mensch sagt, es gibt es nicht. Nein, der Peile, was hat getein, der Peile gemein hat getein, dann sagt der Mensch noch Nein. The Mensch sagt, weil du noch nicht sagt, die dream was kl substit 是аю lotrecht, dann hat er nie geschehen, aber wenn ich mich noch nie bekannt, wenn ich mich noch nicht gekenne habe, du Californich zurückveuchen, dann würde ich mich noch nicht wegkommen, da sagt barятся Line. Dann sagt der Mensch, sei ja klar, Weil in jedem Jahr war das, man hat sich die Kinder verspürt und die Kinder schießen. Das ist der Umgang der Sache. Das ist die Wahrheit. Und das ist die Wahrheit. Wenn sie waren, dann ist sie auch die Wahrheit. Ja, ich mache das so. Ich schieße eine Fälle. Ein Mann mit der Fälle ist die Fälle. Aber es war erfolgreich. Einmal schießt eine Fälle, und es war erfolgreich. So, du sagst, ich darf die Fälle nicht. Nur wenn du die Päule mitfällt. Wenn die Fälle bis die Päule mitfällt, darf ich sein in der Macht von der Schäupte. Wenn die Kinder mit der Schäupte, Er historyert zu uns im Sulat und er es nichtmehr AstraZoon er redet ihn, denn er spricht zwarvert ją zum Sulat. Als Er sagt, er sagt er zu uns, потому er weiß gewisse, wenn er nicht weiss gibt. friend told u, man denkt über seinen Sulat. Als er gehört, welches er zusammen den Übergang ist. Dann müssen wir uns bezieht um, Er will dela hin und nehmen denfs. gesagt, er will den U geben 3horn bis zum Knieber und spenden den Übergang einer nachwegst. der Lushna, der Mischna ist, der Umfang der Mischna, also erinnert sich, wenn es gemacht hat, dass die Jüder einen Mann hat, und wo sie geschehen in der Masse, der zweite Mensch hat es geschafft. Und wenn die Mischna, die Mischna meint, also bleibt die Gemüse zum Schluss. Ein hat sich der Mann auf der Schabbat gelandet, oder hat sich der Mischna auf der Zweite hat es geschafft, oder hat es geschafft. Aber weil die Gemüse gelandet hat, hat die Mischna erzählt von einem Metzies, er hat sich der Mann auf der Schabbat, in der Zweite hat es geschafft, in der Hinter hat es geschafft. Wenn die Mischna erzählt hat, Thomas hat ja gelungen, wie er hat gewollt, er hat geworfen von Abol, wenn es gelungen wird, wie er gewollt so gelungen, hat sich auch der Mann auf der Schabbat gelandet. Was ist das, wenn die Mischna schaff? Was ist das, wenn die Mischna schaff? Weil man geht mit der Mischna zu sagen, nicht mit der Bode auf der Schabbat. Weil die Mischna ist gewählter Schabbat, die Mischna, die Mischna hat sich, der Vater auf der Schabbat, die Mischna, das macht nicht aus. Friede, die Mischna, weil er nicht ist, aber er hat sich dem Mann, der Vater auf der Schabbat. Wenn die Mischna in der Mischna in Vietnam, nicht immer mehr zu wissen, als er gelungen hat, wie er kommt von Schegungen. Und wenn die Mischna und der Auffer sagt, les Lechte, ihr Mischna. Weiß, wenn der Mischna sagt, er sagt, er hat das noch in der Hand. Deswegen hat er geworfen an einen Stein, wo den Stein gewinnen, sie gebinnen zu einem Strick. Ich will das Strick ziehen. Ich sage, ich habe geworfen den Stein und er hat das nicht in der Hand, und er hat sich den Strick in der Hand. Ich sage nicht, die Mischna, weil ich gehe mit dem Peele, was er tut, man muss immer nicht auf diese Flasche, sondern gehe mit dem Peele. De Peele, dass er gewöhnt hat, dass er mich nicht nur mit dem Vater Paulioitze und der Paulioitze liegt doch schon nicht in seinen Händen. Deshalb, wenn der Menschen erzählt, er schießt den Stein, weil der Stein das Ziggi beim Zerstrick, und er will keine zurückziehen den Stein, und er tut es nicht. Er weiß nicht, weil er will so gelungen. Er hat schon getintet für ihn. Er hat geschossen den Stein. Jetzt, als er will, kann er das ausstellen. Und er tut es nicht, jetzt heißt er am meisten. So, das sagt der Menschen. Der Menschen sagt, er kann ausstellen den Stein und er tut es nicht, die Hände. Er sagt, wir müssen sie mit dem Herrn geschehen. Er sagt, wir müssen sie mit dem Herrn schicken. Er sagt, wir müssen sie mit dem Herrncken sehen, und wir müssen sie mit dem Herrn sprechen, wenn du dir mit dem Herrncken du bist ein bisschen, wenn du deinen Herrn sprechen, und ich verstehe da, wo du sagst. Aber wenn du dir mit dem Herrn sprechen, dann sagen wir uns, wenn nur jemand ein Waffel zerstört, und der Waffel er ist vom Ziggi beim Zerstrick. Einer spielt esse Spiel... mit dem Stecken? Ping-Punk. Ja, das ist ein Waffel zum Ziggi beim Zerstrick, Wenn man nur schreit, wenn der Strick fliegt aus seinem Hand, ob man noch zieht, wenn man zu seinem Hand, Friedrich Mura bei Zuhaz, wenn man zu schreit. Und wenn ich mir gesagt habe, das ist gerecht, das ist ein Geschenk, der Geworfen meint der Mischna auf Chabirah. Aber Chabirah hat nicht gesagt, das ist ja zieht, wenn man zu ihm nicht. Ich kann auch nicht sagen, dass er es nicht schreit. Friedrich Mura und Nama hat er nicht. Wenn ich nicht schreit, dass er nicht schreit, wenn ich nicht schreit, dass ich nicht schreit. Das ist so, dass ich mich nicht schreit. Alles klar, wenn ich die Mischna so riecht, meint der Mischna, heute zu. Er hat sich über Lechte-Missner, Lechte-Missner, Friedrich Mures, in meiner Schreib Elu Meruwe, der Maver, oh, der Mischner meint, Maver, er trug das mit dem, nicht jetzt geworfen. So, das meint er Mischner. Einige trugen, die alle Dames, Mische-Saraben, fahre, gemacht der Hannocha, hat sich der Mann, dass er Schabes ist. Wenn er Tungo ihm der Hannocha badakir, hat er nicht gedenkt, dass er Schabes ist. Immer der Hannocha, hat sich der Mann, dass er Schabes ist, ein Dochtitter ist. So, gemischt er, er macht der Hannocha, er macht der Hannocha, er macht nicht der Hannocha. Er macht der Hannocha, er macht der Mann, dass er Schabes ist, und er macht, er macht, er hat sich der Hannocha, so, dem Mischner ist der Puder von der Hattes, ein Dachkir, er gewöhnt bei Schoegik, aber er macht der Hannocha, wenn er Maiset, ist er nicht schaivt bei der Hattes. Das heißt, der Hannocha hat sich über die Hattes geworfen, in der Hattes, in der Hannocha, in seiner Hannocha, in seiner Hand, der Gönisch-Nichtin, ist er ja schaivt bei der Hattes, weil er der Mannsach, also er hat jetzt die Gimure. Und er macht die Gimure, wenn er die Hattes abgift, ist er nicht so, sondern er macht die Gimure. Die Gimure, die ich gewöhnt bei Schoegik, und er macht die Gimure, die ein Mann, das heißt, ihr sagt, dass er sehr gut ist, ich sage ihm, dass er nicht sehr gut ist. Und er sagt, der Name, der das um die Gimure, ich kique wenn es auf der Gimure. Er sagt, dass er die Gimure ist, aber er denkt, wenn er sich um den Gimure ist, er sagt, dass er die Gimure ist. Man kann sich auch mit der Gimureen messageen, aber ich will dich nicht, ob das schmacht ein bisschen. Frieden, wo er sich macht, ich macht das, wenn er macht, die ganze Mischung, wenn die Mischung halbiert mit Zoharik, in der Endeffekt mit Zoharik lasst es Chibir, also was so, die Mischung rettet sich bei Zoharik, wozu die Mischung rettet sich bei Mavir? Elu, Merva, die Mischung rettet zwei Sachen. Tarte Kittuna. Die Zoharik, einer geworfen von Nisker, machen wir schon mit Juden. Auf vielen, noch so ein paar Leute, ist alles gut geworden. In der Mischung, die Mischung ist, weil die Mischung, 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 heiter Du willst mich nicht vertreten, wenn jemand vor braucht jemanden zu philosophisch entdecken, dass er den Zweig selber nicht vertrete will. Er hat sich auch. Aber jetzt wird's sein Wunder nicht so gut. Ich habe einen Job. Aber ich denke genau, dass sie uns auch vertreten sollen. Und du hast die Tag und dann, also, wenn du sagst, dass du das Schobers nicht vertreten soll? Du hast nicht gehört. Du hast den Westen gesagt, du hast dich vertreten. Du hast Angst. Du kannst, also, dass du dich hörst, dass du dich in der Nacht und ich schlossst. Du hast zu vertreten, dass du also nicht vertreten will. Ich verstehe ein bisschen, dass du hier vertreten soll. Du hast du vertreten. Du hast Magde herausgezogen. der Mann, und nur der Fass hat sich noch einmal vergessen. Dann hat er den Kieren gewöhnt, den Kieren gewöhnt, und inzwischen hat er gewusst, das ist alles. Sog du Mishnah damals, sog du Mishnah sich reif. Ja, einen in der Mitte wollte ich zurückziehen, hat nicht gekannt. Aber bald, aber zum Sof, wollte er nicht zurückgezeugen. Das heißt, der ganze Fliehende mit, das rechne ich nicht. Sekilis, er gewöhnt einen Kieren, der Kieren, der Kieren, der Kieren, der Kieren, der ganze Fliehende mit, so wie immer so, mach es sich Anıt, werde er contamin специali. Aber vor allem, der Kieren und der Kieren, 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 sog du Mishnah, aufhedens und gar nichts. Ist nicht sage, dass alles so bald, so war es nicht so gut. Çünkü nicht so bald, als sustaining einer mit Alite oder anderen дома war es hier, aber auch so immer wie Alite er scheinbar Yooолог. Wenn du Mishnah hast, hat er geme Finished, dass du Mishnah hatten, dann gab es hier und sagte Remember. So amiaporbau war es nicht so bald. Aber Channel 2 ist unser наших in der Woche, 2 Ames ist geschehen. Es geschehen, in der Zeriketze, in der Abur. Im Moment. 2 Ames geschehen, 2 Ames geschehen, und 2 Ames geschehen. In der Masse 4 Ames geschehen. Wenn wir vor vier Ames geschehen, dann geschehen 2 Ames geschehen. Rabe und die Puter und die Schreie. Rabe und die Puter. Aber damit wir noch einmal sagen, dass eine kleine Schere, uns später schreiben, dass man eine 1. Wenn sie das erste Mal schreibt, dann schreibt 2, wenn sie eine 2. Wenn sie das 1 schreibt, Jetzt einer hat geschrieben, einer aus, Zifri, hat vergessen, dass er Schabbos steht, er schreibt auf, er schreibt Aleph. Und der Pfarrer schreibt Beis, Joi, es ist Schabbos, was soll ich dir tun, du? So hat vergessen, noch muss er Schabbos, er schreibt Beis, er hat geschrieben auf. Einmal du mal lernt, wie bald hast du gewonnen, Eidir, zwischen der Aleph und der Beis, und er hat den, also das Putr, kennst du nicht mit Zaref, sondern der Aleph und der Beis, weil in der Mitte gewonnen, Eidir. Einmal du mal lernt, du nicht kann Eidir. Wenn wir nach Schabbos auf einen Schabbos schreiben, haben wir ein Eus geschrieben, ein Eus ist ein Gunich. Es ist nur ein Eidir um zu verbinden, wenn ein Eidir geschrieben, ein ganzer Wort, wenn ein Eidir gehört, um sie schreibt noch einmal, ist ein Schiff 2. Aber wenn ein Eidir erzählt, wenn sie zu einem Eidir geschrieben, er muss ich nicht erdämen, er muss man nicht erdämen. Er muss niederger лет, er muss nicht erdämen, sondern erdämen aber auch einmal im Gatt. Und ich sage, nein, wir sagen, nein, hier ist so, dass die Eidir, so dass die Eidir, so wie ich mich erinnere, wenn wir predicted 2 Eich 8, ist die Eidir im Gatt. weil das 2.00 sind nicht erkämpft den Abzahn. So ist die Gemüse, dass die Erinnerung von 2.00 war? Oder sie sagt, dass sie eine kleine Ecke aus dem Schleck. Aber sie sagt, wenn Sie ein Zehn führen, das erlaubt, wenn wir die Nummer 2.00. So ist das 2.00. Und er sagt, wenn sie 2.00 schleck'e. Aber hier sind die Gehmer, wenn sie eine kleine Ecke aus dem Schleck", das heißt, wenn etwas von der 1.00 oder 2.00 schlappen, dass diese die Erinnerung ist, dass sie eine smalle Ecke stellen muss, und wenn sie auf der 1.00 bis 2.00 schlappen, Du, wenn er geendigt hat, er getrunken zwei Amos bei Schoegik. Zwei Amos bei Meiset, wenn er sich geendigt hat, hat sich der Dallad Amos geendigt mit der Meiset, nicht mit der Schoegik. Amos zum Sof hat sich noch einmal vergessen. Lohmals hat er getrunken, vier Amos bei Schoegik, aber in der Mitte gewinnt zwei Amos bei Meiset. So, du musst dir sagen, wenn der zwei Amos bei Meiset hat sich geendigt, hat sich geendigt der Meluche mit der Meiset. Wenn endigt sich der Meluche? Bei vier Amos. Ich meine, du musst dir sagen, es hat sich geendigt mit der Meiset. Aber wenn du in der Meiset hat sich geendigt mit der Meiset, Lohmals hat er amas Puter. Frey, du musst dir in der Meiset. Ich bin bei Schoegik, hat sich geendigt mit der Meiset. Was ich mir getan habe, wenn er geworfen hat, hat sich geflogen sechs Amos. Er ist zwei Amos, die sind in der Schoegik, da hat sich zwei Amos, die sind in der Schoegik, und dann hat sich zwei Amos bei Meiset. Wenn sie gehalten bei vier Amos, zwei Amos bei Schoegik, zwei Amos bei Meiset, er kann nicht stoppen dort. Er ist nicht bei der Busse stoppen. Wenn es sich in der Meiset hat sich geendigt, wenn es sich landet. ein bisschen landet nicht, so die Meiset hat sich nicht gestoppt. Er ist eine Frey, die Meiset hat sich geendigt mit der Meiset. Die Meiset hat sich geendigt mit der Meiset. Das hat sich nicht geendigt. Wenn er geworfen hat, wenn er trugt, kann ich sagen, er trug zwei Amos bei Schoegik, zwei Amos bei Meiset, wenn er nicht bei Willen kann sich das auch stellen. So, es ist bei Juden, es ist gut zu stellen. So, ich sage, dass die Meiset hat sich geendigt mit der Meiset. Jetzt hat sich trug weiter zwei Amos, hat sich kein Zirf mit der erste Schoegik, was hat sich geendigt mit der Meiset hat. Aber darüber haben Sie gesagt, dass sie bezohrig, bezohrig zu tun, so knutig zu tun, es muss anziger sein, wenn die Masse, das ist geendigt, so dass die Meiset hat! Und was ist geendigt? Und dann sagt sie, dass sie geendigt bei Schoegik. Sie geht bei Schoegik. Es ist geendigt, wenn er geworfen hat, zwei Amos bei Schoegik. Es ist entgegen, dass sie sich nach zwei Amos beim Meiset hat zwei Amos bei Schoegik zurückzum, Darf ich keine mit Zaref sagen, die Zwei-Ammes mit der Zwei-Ammes, ich weiß nicht, 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 mach das Lied, nehm ich raus, die Zwei-Ammes. So, wenn er sich gut ausstellen kann, dann muss er auch das Lied. Nein, dort hat er geendet, die vier Ames, die in der Meluche, ist geendet. Aber auch wenn er keine Staaten kann, so die Gimura, die kennt sich nicht das Lied, die Zwei-Ammes, die Zwei-Ammes hat sich noch nicht geendet. Weißt du, wenn es sich endet? Dann hat es geriet. Frey, die Gimura, das ist ein Joachy. Alle, die Gimura, bevmavr, aber die Gimura, das ist die Gimura, die Gimura, die Gimura, in der Elizabeth, die Gimura, steht das Lied. Aber das Lied der Meluche von dem Dalladaam, soll sie eigentlich die Gimura, ich habe mich nicht geendet. Rufr um ein Gimura, aber das Lied. Er Gescheh, als ich gesagt habe, diese Gimura, er schreibt was Godf. So die Gimura, hadn't ich das Gott, und ich hab zwei Oissiers, ich habe das Gimura, Wenn der ein ein Jede erfährt, er kann nicht sterben. Wenn er gewarf, er kann nicht sterben. Dann sage ich, ich sage dir so, das heißt nicht der zwei Ames in der Mitte, wie es etwas geschehen ist. Nein, so steht, die Idee, die, was er weiß, dass er Schabes in der zwei Ames teilt nicht ab. Der erste zwei Ames mit der letzten zwei Ames. Weil die Jede sagt, er kennt noch nicht seine行動fe. Wenn er sie then kam, er kennt noch nicht, tu erzählst für diese zwei Ames, die zwei Ames. Ich sage dir so, wenn die zwei Ames die ich dann confere. Das ist die selbe wie bei Schrauben. Ehe, die Leute sind besäuerlich. Besäuerlich ist die Gemeinschaft, wenn die Angst niederlos in den Stoß stellen. Das ist alles so, als die Gemeinschaft, die Rabe, die sich nicht bekommen. Rabe wird von einer Sache, Rabe wird von einer zweite Sache. Die Gemeinschaft sagt, Einer hat geworfen sechs Mal, der erste zwei Mal war er schonig. Der letzte, der zwei Mal war er nochmals. Der zwei Mal war er schonig. Die Gemeinschaft, die zwei Mal war er, der zwei Mal war er in dem Internet. Wie bald ich keine Statt hin, hier auch noch 2 Hamels ... seeing guys, wenn er dann 4 Hamelsopy ... Nu den übernimmt man 2 Hamels ... die werden darüber nachdenkt. Aber問en soll er das nicht die Dann antworten, wenn er 4 Hamels Naval Juda Way also 4 Hamels die Omaeli war auch bei Erw Jeneris hat noch vier Erwunden. Also, vier Erwunden werden schon auf den Erwunden geholt. Meile, du sagst dann, ich kenn die Zayer haben, sie haben zwei Erwunden über zwei Erwunden. Aber wenn ich die Erwunden vier Erwunden habe, habe ich nicht die Erwunden, oder habe ich nicht die Erwunden gesehen. Aber Meile, so du sagst, du sagst, du sagst, man ist das Erwunden, wenn ich nicht die Erwunden habe. Wenn du schriesgst. Da darf ich nicht machen, was er. Du sagst aber, das Erwunden hat euch nicht die Erwunden. Weil ich will keine Erwunden Das Wort von Dallet amus ist schon geendet. Er hat gesagt, dass ich mit Zaref sah, die zwei amus bescheuert, mit der ersten zwei amus bescheuert. So ich muss umher haben. So ich bin noch auf der Piak-Kalef. Ein Mensch hat geworfen, ein Sageri in der Mühl von der Kalef und er wollte sich noch auf der Kalef. Er wollte sehen, wie geht er kein Emen. Er wollte spielen mit der Dagi, er wollte spielen in der Boa. Wenn er eine Waffe ist, dann schreit ein, dass er eine Waffe ist. Er ist ein Waffe und ein Waffe. Der Waffe ist eine Waffe, die Waffe ist ein Waffe. Das ist ein Waffe. Er ist ein Waffe. Er ist einfach, wie er nicht in der Mühl von der Kalef ist. Er hat das Waffe nicht geworfen, aber der Waffe ist ein Waffe. Er hat das Waffe geworfen, aber wenn man ein Waffe, dem Waffe ist ein Waffe. von der Kalef, er gewollt soll ihnen herangehen in der Oiven herangehen, wenn Gott sie klamatisch verbrennt ist, und bevor sie verbrennt geworden ist, ist sie herangegangen in die Platz, wie er gewollt soll herangehen, und die Gmöre taunt es, mit dem was er gewonnen hat Hanuche, dort wie ich will, soll sein, so die Gmöre, dass dies gibt der Platz, der Chashiv ist. So die Gmöre, um die Bibel, aber dann haben wir hier, steht noch ein bisschen in der Krise, hier steht noch ein paar Krise, hier steht noch ein paar Chilachas, die Gmöre sagt, wenn ein Mensch keine Ahnung ist, wenn ein Mensch keine Ahnung ist, und er schreibt, wenn ein Mensch steht, dass er selber wäre, sagt er, wenn ein Mensch keine Ahnung ist, wenn er mit einer Frau will, es ist noch ein bisschen, da hat er sich 30 Jahre alt, da sind so ein Schwieger, sie sind nicht, äh, äh, was noch, äh, äh, so ein... Sie müssen ja auch ein Toast, um 30 Jahre alt, so die Gmöre sagt, ah, ist es eine Frau, es ist ein, 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 ein Sache hat er getan, aber diese Sache trugt man sich eine Sache an ihremacht. So die Gmöre sagt, wenn ein Mensch keine Ahnung ist, ein Gesayes, und in dieser Gesayes trugt man sich eine Sache an ihrem. so du bist so, dass ich die Chai von 4, 14 und 9 Urscham die Tumma, die Uch und Chai'lev wie Neusim in der Magdusham sie werden ein Stück Chai'lev sie werden von Hegdis sie werden Neusr in Züdigemora, sie werden wie am Bekipir schau, Pinkton, Zige getroffen in Züdigemora ist er Chai'ev als im Kipper ja, im Kipper ist die Chai'v die Krise, Chai'lev, Neusr in Tumma, die Uch und Magdusham da veressen bringt er das ist das Ucham so die Gimora, als Schabbas, sie werden Schabbas bezieht euch Chai'ev, als sie gewinnen Schabbas auch sie werden Schabbas hier im Kipper so die Gimora, als sie im Kipper halten die Tarnan, nicht du kann die Zuh einmal du melernst das beim Kipper, nicht du da wehre von der Zuh aber so die Gimora, als Schabbas sie gewinnen Schabbas auch, das ist ein Chai'v bezieht euch, weil ihr trugt das in der Magd aber mir nicht ein Mensch, das ist nicht der Essen das ist der Trug in der Magd du redest also Chai'v sind auf der Essen, auf der Peile von Essen so die Gimora, die Gimora, fragt euch die Gimora aber so die Gimora und ich weiß nicht, wie gut die Gimora bei der Gimora die Gimora, die Gimora die Gimora, die Gimora du redest ja das ist der Trug in die Gimora und sie hat sich das ist der das ist der die Gimora so die Gimora also auch viele Leute sagen man das ist der Delle Ich will so gehen in die Mose von der Kalef. Wenn die Beine kamen, dann kam jemand nach Hause. Einmal hat das Milch aus Bohnen. Wie viel darf ein Mensch bauen? So hat die Beine aus Bohnen und ein bisschen. So hat die Beine aus Bohnen und ein bisschen. So hat die Beine aus Bohnen gemacht. Einer hat der Stein gemacht. Einer hat der Stein aus dem Berg. Wenn man die Stein aus dem Berg fliegt, dann fliegt man den Stein aus dem Berg. Der letzte Hack, wenn sie schon mit dem Rohst gekommen sind, das ist der letzte Knack. Das ist der letzte Knack. Das ist der größere Beide haben wir. Einer hat der Stein aus dem Berg. Aber du meinst, der letzte Hack. Du meinst, der letzte Hack. Du meinst, der Meloch wird ungerief in Makkabapathisch. Jeder muss ein Mensch enden die Sache rief in Makkabapathisch. Der letzte Hack. Also das ist ein Muschel. Auf jedem Meloch, was er enden. So du meinst, ein Kedaiach. Ein Kedaiach macht das Loch in der Wand. Ein Kedaiach macht das Loch und der Halle ist das Loch Wer macht das Loch auf einem Schabbat? Wenn ich die das Loch ist ein Mase. Das ist das Loch, Das ist ein Schuss, ein Schuss. Das Schuss bedeutet, dass die Schuss, dass sie nicht so gut sind. Aber es ist ein Schuss. Wenn ich es so gut bin, dann kann ich nur noch gut sein. Es ist nicht so gut. Ich kann es nicht so gut sein, wenn ich nicht so gut sein kann, es ist nicht so gut. Es ist so gut. Wenn ich die Schuss, dann machte ich die Schuss. Ich weiß nicht so gut, wenn du das Schuss machst, das ist nicht so gut sein. Das Schuss ist ein Schuss. Wir machen auch ein Schuss. Wenn wir das Schuss, das ist eine Schuss. Das Schuss ist einfach so, wie es ist jetzt. Viele sagen, die Pflanze machen die Schuss. Menschen machen die Schuss. Wenn die Schuss in der Schuss, dann kann ich nicht schreiben. Wenn die Schuss in der Schuss, Die Tauchteppes, viele Pflanzen machen noch, so die Mischner, um das Loch allein, kennen wir schon ein Pistin damit, um zu sehen, die Mischner wissen, so die Mischner, um das Loch, und ich kann nicht bleiben mit dem Loch, so die Mischner ist schaiv. Ich beschwinge die Leumer, einfach machen alles dann, wenn wir das Loch machen, wenn wir das Loch hacken, wenn wir das Loch hacken, und der Hammer hat gehackt, hat gehackt, der Asen hat gut gemacht, die Röder, die Röder, die Röder der Tasten, wenn wir das Loch machen, ein Stück Gold, ein Stück Silber, hackt man, mit dem ist man hackt, und macht das Ding, wird es ausgedeinnt. So, was man pflegt hier ist, der Hammer hat da geblieben, ein gruder Hammer, und dann hat der Hammer gewonnen, ein bisschen stimpig, ich hatte schon nicht geteilt in der Moloch, so, was man pflegt hier ist, man pflegt um einen Stein, einen Felsenstein, auf dem Felsenstein hat man gehackt, der Hammer, also macht der Hammer, grud, und dann hat man gehackt auf den Asen. So, die Mischner, die Schaas, wenn er hackt, wenn er hackt auf den Zdan, das Zdan ist der harte Stein, er hackt auf den Mose-Stein, als der Hammer so bleiben grud, so die Gummer ist er auch geblieben, so die Gummer ist er auch geblieben, weil er macht, also kennt ihn der Job. Das wird ungerief und makropathisch, wenn man seine Gummer sagt, er endet der Hammer, so kennt ihn der Job, und grud machen das, ich kann nicht grud machen das, wenn der Hammer ist stimpig. So die Gummer, Kolschi, in der Mischner Stadt, eine Bote, Kolschi, was kennt ihr mit Kolschi? Wenn die Gummer, wenn wir bei ihm, wenn wir nicht häufig gehen, der Urmann grubt er mit dem Loch, in der Flur, hat er nicht geblieben, aber er hat die Pulperit, also, wenn wir nicht gehen, wenn wir nicht gehen, wenn wir nicht gehen, bei ihm. Heute Morgen, wenn wir behalten, dass er in der Erde, so die Gummer, die Gewusser, wie treffen wir es bei der Mischke, es gibt keine tolle Ries, die Kaffee in den Gimmel, die Zwiebel macht ein, deshalb genau die Ries, jetzt haben wir nicht gewohnt, dass sie haben seine Nudel, fliegen sie an, weil wir machen ein Loch in der Erde, wir behalten die Nudel. Aber wir kiefern die Mischner, weil eine Nudel wird rostig, wenn wir es in der Erde, nicht auf der Woche, das sieht man nicht so aus, er hat keine äußere Petite, die Kirche getan. Die Kirche macht, kleine Fieselöch, die Kirche getan, die Kirche getan, die Kirche getan. Der Mann will er auch einen kleinen Top, er hat nicht, er hat kein Geld, für den Oivern, macht er in dieser kleinen Fieselöch, zu können machen, auf einer Feier, und er will er auch einen Top, und er hat mir gesagt, ein bisschen verstanden, so wie sie bei Mischken getroffen hat. In der Pflege, die Kerche Anruf, die Mischken, die Kirche macht an zwei Jahre, von der Kirche, die in den 18.000 Malachthalt, und er hat gesagt, dass er etwas eine gewinne, der Bluwalte, weil er vorallt an den Publikum aufkuchen und der Pänt, das war schon immer noch ein kleiner Treib, weil er zum kleinen Päntffe habe man das dann auch ein bisschen angekocht. Die Kirche sagt, er hat sich an den Päpiter, die Kirchen tun, die Kirchen zu kochen. Er ist einfach ein bisschen wie Schieren, aber es ist nicht so und da hat man es gemacht, wie es in der Bedeutung ist, also es ist sehr wichtig, dass es immer ein bisschen, dass der Eibstrat gemacht hat, man hat es exactly gemacht, was man gedacht hat, war so ein bisschen, dass wir alle Pekida haben, wir haben uns geschmissen und wir haben uns geschmissen, dass wir alle Eides verklemmten, die Eibstrat haben es genau so gemacht, nicht mehr, nicht weniger, aber viele Menschen haben uns geschickt, die Eides haben uns gewusst. Die Eibstrat hat eigentlich so gut gemacht, aber sie ist immer so, sagt man es gewöhnt stingy, oh man darf nur noch ein bisschen paint, man kann kochen noch ein bisschen paint, nein, ähnlich wie die Gemüse, wenn man dabei ist, wenn man das Loch in seinen Armen hat, in seinem Palat, so ist man, dass man es gestoppt, das man tut, aber man macht sich so ein Lächeln in die Wand, man kann auch aufhängen in der picture, die herangelegt, dass du ein Loch, aber er darf nicht das, wenn man es tut, dann ist es ein bisschen kaltig, dann wird es gestoppt, das Loch, in der kleine Karte, so die Gemüse, wie gewöhnt, was die Gemüse, die Gemüse, die Gemüse, die Gemüse, ich kann warte, aberiner von der Bildern, wo man's wissen, war es, oben gerbart und da ist ein wenig vertrauen, dass du dort Richtungvatern gefangen hast, wo er evtltert auf der Holz. Simonetto guckt dann, wo man kratzt, und wo man das kleine Wallen aus der Früh, aber jeder hat hab ein kleiner Lächeln in der Holz, ist ein Gracias. und du hast mir gemerkt, dass best flashes ist, wo das Ton beiges Nest. Wenn mich so, wo man getroffen ist, kann man einmal getroffen sein, wo das glücklich geht. Ich pollGS war eins, wenn ich glaube, jetzt gibt man eine Garni St sucked. ich glaube, dass man mich nicht so Secund tenho und darf keine End시고 dieser aid Life begr서ßen zu, wie bald mich relevant mit. der Mishkan, als er gewöhnt, als er er mitziehen ist, ist, wenn einer Tita, kolschi, hat das akhashiv, ist, wenn er so lecker ist, um es schmiert. Am Zadat, das so eben, einer lagte auf der Stein. Weißt du, wenn der erste Stein, wenn man lagte auf der Flur, darf die Steine liegen gut. So Am Zadat meint, er macht es, als die Steine so liegen gut. So die Gummire, ist er schaif, bohine. Ein ist gleich kein Sement, er hat die Stran gebeten, nicht gedrillt, er hat nicht... So die Gummire, der Eizum sagt, was er hat gut gemacht, der Stein ist schaif, bohine. Mein Zwei, echen Neusen, das so eben, der Eizum sagt, was er hat gebeten, er hat gebeten, aber der Eizum lagte, der Stein nicht gebeten. Ei, man kann nicht schlagen, kein Sement, nur am Alakta Stein, aber man sieht, wie die Gummire sagt, wenn einer lagte auf der Top auf der Flur, es brennt noch nicht, ist einer Gang ungezimt auf der Flur, so die Gummire, wer hat die Gummire, wenn man auf der Flur geht, dann macht der Flur. Ei, wenn einer macht der Flur, und er nimmt es nur auf der Top, dann ist nur kein Bischel, dass du machen auf der Flur, aber die Gummire, man wachscht nicht gebeten. Die Gummire sagt, wer hat die Masse gemacht die Gummire, der Zweite, der Docher, wer hat die Masse gemacht, der ist auch gelag, der Tee, der ist auch gelag, der Sement. Zum Beispiel, wenn der Tammach einmal sagt, wer hat die Gummire, der Fülle Helo, wenn er nicht, aber Dimas, er gelagte die Stein, auf der oibeste Schirer von Steinen, der Dimas, der Leibun, im Kaffel, er lagte nach Europa Stein, ist ein schönes Kaffel. Ei, man muss sagen, dass du drei Sorten von ihnen hast, du tattest, die Interste Stein, mitzieher der mittelste Stein, und der oibeste Stein. Tattest, die Interste Stein, leck man nicht ganz Sement, ist, dass der erste Schirer von Steinen, der Malaik, Malaik Siegel, wenn man sich machte, dann muss man sicher, dass er gelagte. So der erste Stein, der Malaik, auf der Flur, und levelen, ist man nicht schaiv. Der Besatz ist, es ist noch ein schaiv, also macht die Stein, sie kennen sich halten. So, der, so, der, der Böse, die Dide, und die Afren. Da, wenn man nicht Sement, dann muss man sich halten, geht. So, der, mitzieher der mittelste, boi ein Name, hat ihn, der, der, der Schirer, Sement. So, der, ich kann der, auf Binion, bei Kach. So, der, 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 der Stein, in noch nicht gelagte, Sement, hat er nicht öffn, auf Binion. Ja, aber er wusste, was er nicht geendet. So, er hat mich nicht gesagt. Er ist nur ein schaiv, wenn er mich nicht geendet, wenn er nicht geendet hat, wenn er nicht gelagte, kein Sement. Er sagt, er, nein, Loha, ist, bei einem Nuch, bei einem. Jetzt, ging ich an, ein paar Mal auf, nach stein so die mitte stein du ein binges amit sie ist ein menschen boner sagt er will nicht nicht das schwere meloche ja das tat ja sein muss also einer hat ein roter den flywoods der peisag kitchen in adek zieht die wand mit playwoods und dann nimmt er auf die playwood lag darauf der playwood es ist so ist er in beiden minatoren gibt es hat er unkappen muss man mit der unkappen ist immer seht von der unkappen satire so wie damals aber wenn ich heute hier habe, dann habe ich das Auto gemacht, und das ist der Weg, ich kann nicht gut gehen. Ich nehme die Playa-Wood, ich nehme die Röse nach oben, ich bin noch immer auf die Bühne mit Zeiss, weil das ist so gut, das ist so gut, oder der Drap Ceiling. Drap Ceiling ist nicht so gut, ich habe Planner aufgelegt, das Teil auf der Schinne, auf der Frame, aber das ist blank, das ist so gut, 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 sondern wenn sie qui to controls, dass es wichtig ist, Also, wir haben Platten, das ist so gut, sondern wir finden Sie ein Game-V염 für bás結束.